Hallo, mein Name ist nicht so wichtig. Sie werden schon hören, was ich zu sagen habe, denn ich bin kein Schauspieler. Die Corona-Maßnahmen unserer geliebten Bundesregierung, Landesregierungen, sind nicht zielführend. Das merken viele Menschen. Da braucht man nicht zu Sarkasmus, da braucht man nicht zu Parodie oder zu Sketchen greifen. Das kann man geradeaus so stehen lassen. Ob ich jetzt nur Kinder habe oder nicht, spielt das hier eine große Rolle. Er ist einer, der mit Familie daherkommt, der wichtigere Tippgeber in Sachen Corona, dahingestellt. Was aber jeder von uns hat, ist eine Mutter. So auch ich. Das heißt, ich hatte eine Mutter. Sie ist ins Licht gegangen am grünen Donnerstag dieses Jahres, weil sie mit den Corona-Maßnahmen gehadert hat. Weil sie mit Menschen, die diese Corona-Maßnahmen aktiv durchgezogen haben, nicht länger zusammenleben konnte. Ich bedauere das sehr und wünsche mir, dass diesen Weg viele andere Menschen nicht werden gehen müssen. Mein Weg, insbesondere aber auch den Weg meiner Mutter, die jetzt nicht mehr unter uns ist. Bleiben Sie stark, denken Sie selber nach und unterstützen Sie keinen Quatsch. Machen Sie es gut.